Was geht ab YouTube? 666 Fake am Start. Heute wieder mit dem Deck-Profile aus der Hobby-Liga und heute zeigen wir euch das Watt-Deck von Yu-Gi-Oh! Dragon 999, der jetzt anfängt. Also 3 Watt-Cobra wie man sehen kann, 3 Watt-Libellen, 3 Giraffen, eine noch Proxy, dann 2 Tragos, 3x verbotene Lanze, Dark Hole, Heavy Storm, Reborn, Staple-Garden, richtig Back-Row-Head, 3 MST am Start, 2 Part of Duality für die Konstanz und ein paar in Line-Up sind 2 BTH, ein Zwangs-Evakuierungsgerät, 3 Teuflische Ketten, 3 Makrokosmos im Main-Deck, 2 Mirror Force, 2 Warning, sogar 2 Starlight Roads wie man sehen kann und 3 Angstseinjagende Brudel. Das war's für heute YouTube, euer 666 Flake.